Es ist eine völlig andere Lebensqualität. Nach dem Lied von Queen, Don't Stop Me Now, fühle ich mich manchmal wie so eine Rakete mit unheimlich viel Energie. Ich kann im Nachhinein sehen, dass ich also mein ganzes Erwachsenenleben bisher verfressen habe. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, jetzt hier zu stehen und darüber nachzudenken, ob ich vielleicht mal bei so etwas wie einem Ironman mitzumachen oder überhaupt den Marathon zu laufen. Und es kommt mir vor wie ein Fremder aus einer anderen Zeit. Und wieder zum Laptop, bitte. Dann nochmal das Kleine in die Hand nehmen. Und jetzt gehen müssen es dieselben sein wie ihr. Okay, kurz, stopp. Einfach klicken. Jetzt geht los, bitteschön. Jetzt, bitteschön. Es geht weiter, bitteschön. Wartest du kurz, bitte? Ja! Los geht's! Dankeschön. Dankeschön. Ja, natürlich haben sich meine Essgewohnheiten sehr verändert. Ich esse jetzt nur noch mit Lust und das, was mir schmeckt. Hört dann auch auf, wenn ich satt bin. Aber ich zähle keine Kalorien und, ja, esse mit Lust anstatt aus Frust und kaufe meine Sachen auf dem Markt, in der Kleinmarkthalle, weil ich es einfach auch liebe, mit den Leuten dort zu tun zu haben und regional zu essen, ob das, was gerade frisch ist. Bitteschön. Und stopp. Bitteschön. 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 Man sieht so schwarz gerade bei der Sorge. Ja, ja, setzen sich hin und fangen einfach an zu essen, ja? Und bitteschön. Vielen Dank. Noch mal einen Schluck Trinken bitte. Bitteschön. Und los geht's. Und einfach nur an sich runterschauen bitte. Okay, noch mal die Hose nehmen, sehr gut. Und die Hose. Und zum Hemd, das dauert ein bisschen länger jetzt. Wir sind erstmal nur auf dem Hemd. Und die Hose. Das ist dein Anschnitt, damit beginnst du. Oder mit dem Aufzieher. Und einfach mal anschauen bitte. Im Spiegel. Gleich rüber zum Spiegel und über den Spiegel betrachten. Achtung, los geht's. Und nochmal zum Spiegelschauen. Bitte. Wow. So, ja, das Größte, was man so frei kaufen konnte an Kleidung. Jetzt passen dann noch zwei, drei andere mit rein. Ideal für den Sommer, als Zelt zum Beispiel, für den Urlaub. Ich frage mich manchmal, ja, was hat der Mann gedacht, der da reingepasst hat. Und jetzt kann noch jemand hier mit ins zweite Hosenbein. Los geht's. Das geht los, bitteschön. Es hat sich alles geändert. Und manchmal, wenn ich heute Bilder sehe, frage ich mich, was hat dieser Mann damals gedacht? Was ist in dem vorgegangen? Es ist eine völlig andere Lebensqualität. Nach dem Lied von Queen, Don't Stop Me Now, fühle ich mich manchmal wie so eine Rakete mit unheimlich viel Energie. Ich mache jetzt Dinge, die andere mit 20 gemacht haben. Auf dem Sofa bin ich gar nicht mehr zu finden. Und, ja, es hat sich alles grundlegend geändert. Und nicht nur das Äußerliche.